Na gut, dann wäre ich heute doch noch nicht Prestige 2. Aber vielleicht können wir ja morgen nochmal eine Runde spielen. Okay, sehr gut. Und da kann ich ja dann mein restliches Geld verbraten. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel ich jetzt wieder habe oder wie viel wir mit rausgenommen hatten. So, ich gucke mal nach links kurz, nicht dass da uns Leute überraschen wollen. Ich sehe nichts. Oh, doch, denken wir an ein Pferd. Auch schön, dass du da drin so leer machst, da konzentrieren sie sich gleich auf dicht dort. Und sehe nicht das Tödliche, was sich von links nährt. Also neblig, du siehst wieder die Hand vor Augen nicht. Boah, ich höre nichts. Ich höre irgendwas laufen, aber ich weiß nicht, ob du es bist. Ne, das waren wie leichte Schritte durch Sand. Ach du bist es da hinten. Da schleiche ich mich mal hinten rein. Was tut das? Bei mir hier vorne auch so ein Scheiß. Ob ich mich vorbeischleichen kann. Ausgerechnet hier, Mann. Also wo ich hinbekomme. So, ich gehe mir das an. So, ich gehe mal nach, manche fünfmalen. So, es geht doch mal. So, wir haben ja alles einigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da hat sie, ja, ich muss, da hat die Waffe in die Erde gerannt. Ah, hab ich die? Nee, leider nicht. Nimm sie doch. Achso. Ich irgendwo Medikit hier sehe. Na gut, ich heile mich jetzt mit meinem, oder ich nehme die Spritzer. Da habe ich wenigstens 125 HP. Warte mal, habe ich einen Google Fänger mit dem gehabt? Ja, den kann ich jetzt nachladen. Sehr schön, nice, wie er es macht, wie er sie gefangen hat, geil. Ach ja, scheiße. Müssen wir da hin? Lockbait-Docs, das ist so scheiße irgendwie. Da müssen wir doch über diesen Steg ranrennen. Da steht auch immer eine kleine Fliegenschlampe mitten drauf. Hm. Auf welcher Seite willst du ran? Ich habe eine Axt. Die Tür ist zu, die werde ich auch ungern aufhacken. Ja, ich gehe mal hinten rein. Ja, ich gehe mal hinten rein. Ja, ich gehe mal hinten rein. Ich bin drin. Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Verpiss dich Ui Nein Nein, nein Die killen mich, alter Okay, sehr gut Medipack Ich glaube, ich habe irgendwo einen Medipack gesehen Hier draußen Hier war doch irgendwo Scheiße, ich habe doch hier einen Medipack gesehen Waren also doch noch welche da Ach da, da ist es Hier ist noch eine Axt Du hast ihn schon zerlegt Die werden oben rausgehen Oder Rechts Was ist das? Fettsack her vorne Na, ich leire auf, da rennen wir durch Oder? Mit Volldampf Okay Ja, gute Idee Und sehen Sie doch sowieso Warte, ist falsch Ja Okay, dann knallen wir ab Die wollen auch die Konfrontation Und sehen Sie doch noch mal Ich lege die Konfrontation Und dann sehen Sie doch noch mal Der eine war dort, der andere war dort. Der eine war dort, der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort. Der eine war dort, der eine war dort.